Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ja, ich habe jetzt hier nochmal eine Smoothie-Küche hingestellt. Jetzt muss ich erstmal die noch bauen, wie ihr sehen könnt. Ich brauche dafür eine Eichelkappe, Sprösslinge 4 und ein Mahnschleim. Okay, Eichelkappe, Sprösslinge brauchte ich 4, habe ich gesagt. So, nein, die Eichelkappen, die habe ich, glaube ich, hier drin. Eine und Mahnschleim, ne? Waren das auch 4 oder waren das 6? Ich weiß es jetzt nicht, aber ich nehme mal jetzt einfach 5, die goldene Mitte. Ja, waren sogar 5, nicht schlecht. In der Smoothie-Küche können Heilgegenstände hergestellt werden. Parke 3 beliebige Gegenstände hinein, um ein Smoothie herzustellen. Vielleicht ist es sogar lecker. Okay. Rezepte. Ökopower. Da brauche ich Algen auch für. Okay, warte mal. Atemholen heilt. Felspelz. Maximale Gesundheit heilt. Heckenmeister. Genügsamen Kamel heilt. Ja, da brauche ich nicht so viel trinken. Und Essen, glaube ich. Und Überstunde Schleppkapazität. Gut, also ich mache jetzt erstmal Ökopower. Jetzt brauche ich aber einen. Wartet mal. Ich hatte doch... Habe ich nicht ein paar Eilen schon gesammelt? Irgendwo? Ich meine ja. Zwei. Ach, wie süß. Aber ich glaube, zur Verstärkung brauchte ich auch Schleim oder sowas, oder? Genau. Normal. Okay, wartet mal. Eins, zwei. So, jetzt habe ich mir mal zwei hergestellt. Mein Gott, ist das viel. Okay, dann sollte ich vielleicht mal kurz ein bisschen abtauchen. Wartet mal. Weil... Oh, ich habe Durst, sehe ich gerade. So, hier unten sind ein paar Algen. Ja. Ansicht blöd. Ansicht mega blöd. So, komm. Schwimm, 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 Fanny. Ich muss was trinken, Leute. Ich habe es voll vergessen. Und auftauchen. Das sollte ich auch nicht vergessen. Okay, äh, trinken, trinken, trinken. Ja, gut, dann nimm jetzt hier. Du hast doch nicht umsonst die Flasche. Nein! Ich dachte schon wieder, ich schmeiße sie weg, ne? So. Öko-Power. Wie viel habe ich denn jetzt? Ähm. Fünf, sechs. Fünf, sechs, genau. Fünf, sechs. Okay. Äh. Dann nehme ich erst mal nur fünf mit. So. Ohne, wartet mal. Den packe ich doch lieber in diese Kiste. Äh, Mahnschleim. Ja, kann auch erst mal wieder weg. Einfach mal hier hin. So, was habe ich jetzt hier noch drin? Ah, genau. Ich hatte, ähm, Pflanzenbrei mal einfach hergestellt. So. Pflanzenbrei. Ja. Für meine zukünftigen Haustiere. Die ich in, äh, weiß ich nicht, wie lange noch brauche, ne? Bis ich die habe. Okay. Also, meine Lieben, meine Lieben. Ähm. Ich habe 60 Pfeile. Ich habe einen Bogen. Ich würde ganz gerne versuchen. Tatsächlich, ähm. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das eigentlich wollte. Ach, doch, genau. Wartet mal. Und zwar. Wie in der Gasmaske. Genau. Brauche ich ja einen Baumwanzenbrocken. Dann würde ich ganz gerne mal versuchen, eine Baumwanze auch zu töten. Und ich brauche für die Insektenachs, die ich unbedingt haben will, weil ich ja diese Schleimpilzwände haben möchte. Äh, also diese Pilzwände haben möchte. Brauche ich unbedingt diese Insektenachs. Und dazu brauche ich aber die Brocken, Käferbrocken und halt Marienkäferkopf. Ja, ich, ich, ich will das einfach mal versuchen, hinzukriegen. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte eigentlich schlafen. Gut, also. Dann stehen wir jetzt um 4.10 Uhr wieder auf. Ist eine super Zeit, würde ich sagen. Boah, ist das cool. Ah, die sind wir mal von der anderen Seite. Wow. Nice. Also, ich finde das klasse. Äh. So, jetzt wollte ich mal gucken, kann ich jetzt... Also, eigentlich brauche ich nur... Ich, ich wollte jetzt mal einfach die Sachen hier lassen, die ich nicht brauche. Brauche ich den Hammer? Ach, scheiß, was drauf. Ich nehme es mit. Egal. Okay, ähm, so essen. Ich muss unbedingt was essen. Hab ich nichts mehr auf meinem Herd? Ne, ne? Hab ich nicht. Okay, hab ich die Tiere wieder ausgestellt? Ich muss immer mal gucken, weil wenn ich irgendwie nur etwas baue oder, ähm, irgendwas sammeln möchte, sowas wie Pflanzenfasern oder so, dann, ähm, stelle ich immer ganz gerne halt, äh, diesen Part hier aus, ne? Insektenignorien-Spieler. Äh, sofort fahren. Okay, jetzt dürfte ich wieder angegriffen werden. Hoffentlich. Also, ihr wisst schon, wie ich das meine. Weil ich will ja nicht schummeln, ne? So. Jetzt, ach so, ich muss... Hab ich die Baumwanzen eigentlich schon ausgespäht? Muss ich mal gucken? Nö. Ne, hab ich nicht, oder... Ne, unterharmlos ist es nicht. Nein, 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 nein. Hab ich nicht. Okay, ich hab... Ich vergesse es immer gerne. Gut, dann mach ich das erstmal. Dann weiß ich auch, ähm, gegen was die Baumwanzen... Allergisch reagieren, sag ich mal. So. Ich brauch aber unbedingt noch trinken. Ein bisschen Water. So, in der Regel ist ja hier eine Baumwanze. Manchmal hat man das Glück, dass die Baumwanze einen Marienkäfer angreift oder so. Oh Gott, da ist voll viel. Hilfe, Marienkäfer. Ach du Scheiße, ist hier was los? Oh Gott. So, hab ich eigentlich schon die... Nee, hab ich nicht. Hilfe. Alter, ich dachte, das wäre eine Spinne. Huh. Hab ich denn jetzt die Milve getötet? Baumwanze, das war nicht nett. Wollte ich dir jetzt mal so sagen. Ich dachte, hinter mir wäre echt eine Spinne, ne? Wobei ich jetzt nicht weiß, was schlimmer wäre. Das Trinken. Wartet, ich muss doch unbedingt was trinken. Oh nein, hier sind Pfützen. Na, sag mal. Oha. At least it's clean. Gott sei Dank. So, und du bist... ...das hier. Okay, das hätten wir. Dann werde ich mal ganz kurz hier, ne? Nochmal ein bisschen Eichen essen. Ein paar Bröckchen. Warum ist denn eigentlich mein Leben... ...nicht mehr so toll? Ja, ja. Kleine Willow. Du sprichst mir aus der Seele. So, Baumwanze. Kann ich dich erstmal irgendwie ausspähen? Ist das möglich? Wo bist du... Manchmal sieht man die auch so schlecht, ne? Weil die so... Da ist er. Okay, wartet. Verdammt. Wartet. Hilfe! So, wartet mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Daten. Baumwanze. Schwächen. Stechen. Frisch. Hacken. Dagegen ist Resistenz. Okay, stechen. Das klappt doch niemals. Okay, Schwächen stechen. Ich kann doch da jetzt nicht mit... ...mit... 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 Speer rangehen. Das wird doch sowas... ...so was von nicht funktionieren. Gott, ich sterbe doch, bevor ich überhaupt... ...also, nein. Okay, äh... Ich versuche... ...das mit Pfeil und Bogen irgendwie hinzukriegen. Ich glaube, das war eine Megascheißidee. Wartet mal, Öko-Power, Öko-Power, ähm... ...Gotteswillen. Das klappt niemals ohne Maske. Das kann ich vergessen. Ich brauche die verrottete Maske, Leute. Es sei denn, die ist so verpackt wie jetzt. Dann habe ich vielleicht eine kleine Chance. Oder auch nicht. Alter Schwede. Oh! Au! Jetzt bin ich tot. Nein! Okay, also... ...das funktioniert einfach nicht ohne Maske. Okay. Wisst ihr, was ich tun könnte? Ich könnte tatsächlich ins Heckenlabor gehen. Denn ich muss ja da sowieso hin. Und dort gibt es die verrottete Maske. Und gut ist. Ja, ich glaube, ich werde es so machen. So, erst mal den Rucksack. Dankeschön. Meine ganzen Pfeile noch holen. So, habe ich jetzt wieder 60? Ne, mir fehlen zwei. Okay. Gut, das... Ich meine, das... Alter, was ist denn jetzt los? Kämpft da die Baumwanze mit irgendjemandem? Habe ich dann vielleicht die Chance, die Baumwanze zu kriegen? Was hier nicht gerade Wasser? Habe ich hier nicht gerade Wasser gesehen? Ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich so, was bottledes Wasser ist. Okay, okay. Ja, gut. Also, meine Lieben. Wisst ihr was? Ich werde das jetzt so machen. Ich gehe jetzt einfach zur Hecke. Versuche dort die Quest irgendwie hinzubekommen. Oh nein. Oh nein. Ich bin jetzt irgendwie mega falsch gelaufen. Au! Gut, 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 gut. Ähm. Oh, wartet mal. Hier ist noch Wasser. Dankeschön. So, jetzt ist meine Flasche wenigstens wieder voll. Das Bombi. Ach, das ist auch bitter. Okay, ähm, passt mal auf. Passt mal auf. Also, ähm, ich muss jetzt erstmal hier wieder meinen Rucksack ein bisschen sortieren. Sonst funktioniert das hier alles nicht mit mir. Mh, das, das, das. So, ich habe noch vier von diesen. Die Waffen kommen hoch. Äh. Äh. So. So. Und so. Okay. Alles klar. Ähm. Mein Speer. Okay. Du nimmst dir aber bitte die Keule mit. Gut. Achso, was brauche ich denn jetzt für ein Zelt? Wegen Spawnpunkt. Mh, aufnes Zelt. Drei Kleeblätter, zwei Sprösslinge. Okay, wartet mal. Sprösslinge. Hier ist Ton auf jeden Fall. So, Kleeblätter, Kleeblätter. Ein bisschen Klee. Ich muss das ja sowieso machen mit der Hecke. Vielleicht schaffe ich das ja auch, ne? Ah, Baumwanzer töten ist echt schwierig ohne Gasmaske. Aber um die bauen zu können, brauche ich wieder einen Baumwanzerbrocken. Hm. Vielleicht muss ich ja auch nicht komplett in die Hecke. Vielleicht schaffe ich das ja auch irgendwie. Habe ich meine Axt dabei? Vielleicht schaffe ich das ja auch irgendwie. Hier diese Spinnensäcke, ne? Äh, zu, zu, ähm, plündern. Und dann kann ich ja... ...die Hecke noch ein bisschen warten lassen. Kann ich mal bitte hier durch? Dankeschön. Meine Güte. Vielleicht sollte ich doch mal wieder hier einen auf diesen machen. Ich hoffe, die haben hier nicht so viel verändert. Keine Ahnung. Mit dem... ...kommenden Update, ne? Ich mache das ja immer noch hier... ...in dieser Public-Test-Version. Okay, der Aufstieg scheint jedenfalls gleich zu sein. Oh! Das muss ich mir eigentlich mitnehmen. Waren das immer drei, ja? Oh, wow. Heckenaufstieg! Habe ich entdeckt. Sehr schön. Sehr schön. So. Forschungsstation entdeckt. Meine Güte, was ich alles entdecke. Und Müsri-Riegel. So, hier haben wir wieder ein... ...ein was für ein Tape? Kaiju-Kinder? Okay. Die Kinderwissenschaft-Labor-Module haben sich nicht so gut gehalten, wie erwartet. Ich dachte, diese Laboreinheiten in der Hecke zu verstecken, würde ein wenig Schutz von meinen Kindern bieten. Aber offenbar können nicht einmal diese Blätter meiner Arbeit vor einer fehlgeleiteten Fling-Mensch-Scheibe schützen. Schade, dass es nicht synchronisiert ist, ne? Die anschließenden Sprünge in den Laborgebäuden haben allerlei Achanide-Invasoren angelockt. Ich habe vor, die TLC-Spots für Abwehrmaßnahmen neu zu kalibrieren. Eine Notlösung gewiss, aber ich habe keine Zeit für Reparaturen. Nicht, wenn ich kurz davor bin, die Geheimnisse der Rohwissenschaft zu entschlüsseln. Okay, das war es offensichtlich gewesen. Kaiju-Kinder, ja. So, habe ich was zum Analysieren? Nein, habe ich nicht. Okay, aber ich würde ganz gerne natürlich jetzt das offene Zelt hier irgendwie hinschneiden. Ähm. Warte mal, ich komme. So, Greenspawn-Punkt setzen. Sehr gut. Okay. Okay. So, aber ich glaube, ich mache das jetzt mit dieser Ansicht, weil ich glaube, mit der komme ich jetzt hier in der Hecke persönlich besser klar. So, dann mal los. Dann mal los. Oh, da ist ein, ein, eine rohe Wissenschaft für mich. Immerhin 100 Punkte. Fanny, sie haben 100 Punkte gewonnen. So. Achso, wartet. Nein. Das. So, ganz langsam, ganz langsam. Ach, shit. Keine Ausdauer. Okay. Hat aber erst mal gut funktioniert. So, jetzt muss ich hier lang. Dann nehme ich mir jetzt hier noch so einen kräftigen Schluck. Apricotpunch. Oh. Okay, so, dann. Da ist auch noch rohe Wissenschaft, aber gut, da komme ich jetzt erst mal nicht so weit bis ran. Woo. Obwohl, wartet mal, wenn ich jetzt hier zurücklaufe, dann komme ich da wohl sehr ran. Äh, sehr wohl ran. Was für ein Deutsch wieder. Oh, cool. 500 Punkte. Nicht schlecht. Achso, genau. Ich muss ja sowieso mal hier rein, ne? Hallo? Ist da gerade was rumgeflogen, sag mal. Oh Gott. Ich habe so das Gefühl, ähm, ich sehe alt aus. Die haben mich mächtig getroffen, oder? Wow. 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 So muss es laufen. So muss es laufen. Und noch einen. Ja. Sehr cool. Bin zwar ein bisschen getroffen worden, aber ich habe es geschafft. Okay. So, die Kiste ist neu. Robuster Stein. Verrottetes Essen. Ja, Mann. Ich habe jetzt den verrotteten Stein, Leute. Äh, Quatsch. Verrotteten Stein. Robusten Stein. Verrotteten Stein. Ich kriege ja eine Krise. Warum habe ich denn jetzt getrunken? Ja, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. So, Faserverbände, Müsli-Riegel. Und noch eine Akte Neustart. Neustart des Vermessungssystems, Test 13, Datum, 22.09.89, Zeit 2.10 Uhr, Ort, Hecken, Beobachtungseinheit. Überwachender Wissenschaftler Dr. Wende Tully. Anmerkung vor dem Test. Erhöhte Funk-Vent-Störung im Garten. Die Isolierung einer einzelnen Quelle ist nicht erfolgreich. Die Störung nutzt ein breites, umherstreifendes Spektrum von Frequenzen. Ich habe ein Code geschrieben, um die Frequenz des Vermessungsgeräts alle 5 Sekunden zu ändern, damit es vor diesem mysteriösen Rauschen verborgen bleibt. Resultate, Erfolg. Der Neustart des Vermessungssystems ist abgeschlossen. TASY-T-Einheiten, die nicht für den Wachdienst eingesetzt werden, haben den Profil-Upload erhalten und sind derzeit auf dem Weg zu ihren Erntezielen im Garten. Notizen. Erstens, die TASY-T-Einheiten, die für die Felderfassung eingesetzt werden, weisen vermehrt Verschleißerscheinungen auf, wobei Rost am häufigsten auftritt. Zweitens, 19 unbekannte Funktionssignale wurden während des Neustarts gesichtet. Die Ausgangspunkte lagen nicht an festen Orten. Da schließt die Kinder und Mr. Henderson aus. Alles deutet auf Ominentin. Mr. Henderson? Okay. Drittens, Erhöhung der Sicherheitsprotokolle in allen Laboreinrichtungen, Installation von biometrielichen Scannern, äh, wo nötig. Alles klar. Ich habe was freigeschaltet. Neustart, alles klar. Aktiv. Ah ja, genau. Womit man halt die ganzen Ressourcen suchen kann, das habe ich jetzt, ähm, aktiviert. Gut. Habe ich hier alles mitgenommen, soweit? Ja, ich denke. Sehr schön. Denn war das schon mal ein voller Erfolg für heute, meine Lieben. Äh. Da ich jetzt überhaupt keinen Trimmer habe, wo ich hin muss. Äh, ich muss genau da hin, ne? Denn dort bin ich stehen geblieben. Gut, meine Lieben. Also, in der nächsten Folge geht es genau hier weiter. Die ist gleich im Anschluss, ohne Pause, ne? Ich werde sofort weitermachen. Ist da, ne, da ist kein Science. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich noch ein bisschen weitere Erfolge erzielen kann. Also, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.